Das. Und die 9 ist auch leer. Das dürfte das sein. Nein. Verdammt, da muss ich nochmal den Code neu einstellen. So, 9 ist mit 2. H hat es. Also schätze ich, dass der Krieg beginnt, sobald er die Macht übernommen hat. Wir lassen ihm seinen Spaß. Gott weiß, dass eine solche Regierung Europa guttun wird und beenden es dann mit einem großen Knall, wie geplant. Aus dem Chaos des Krieges wird eine neue Ordnung hervorgehen. Ich lege ein Foto aus Florida von Ihnen, mir und Feierstone bei. Wir sollten versuchen, diesen Sommer mehr Zeit auf dem Golfplatz zu verbringen. Ihr Henry Ford. Und ein Bild noch angehängt. Passcode gefunden. Eingeben. Datei freigegeben. Wieder ein kurzer Ausschnitt von der Wahrheit. Wir haben schon mehr als die Hälfte gesammelt. Aber es fehlen immer noch welche. Deshalb, würde ich sagen, gehen wir hier erstmal weiter. Ja, ist ja gut, Leonardo. Immer mit der Ruhe. Und. Na? Witz nicht. Doch. Geht doch. Und weiter hoch. Und wir sind oben. Nein, ich will auf die Spitze und jetzt synchronisiere ich. Während ich das tut, trinke ich noch einen Schluck. Ah, sehr schön. Ja. Also, so wie es aussieht. War es das? Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zur Schnellreisestation. Und reisen schön nach Montrejon. Und schauen mal, was wir aufrüsten können. Das heißt, wenn Leonardo uns lässt. Ja, ist ja gut. Ja, man muss mit ihm reden. Ab in die Villa. Ja. Wirklich zu dem Ort reisen. Leichne einsetzen. Lenken Sie mit leichten Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle. Sehr schön. Ladebildschirm unterbrennen. Und da bin ich auch schon wieder zurückgeladen. Es beendet mal wieder. Und jetzt geht's ruckzuck in die Villa. Welt abheben. Ein paar Sachen abgeben. Aufrüsten. Als nächstes mache ich, glaube ich, hier den Schmied. Und gucke dann mal, was ich da genau aufrüsten kann. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob die letzten zwei Gräber in Venedig sind. Weil wenn sie's sind, dann ist es das Erste, was ich tue. Einkünfte nehmen. 17.000. 20.000 haben wir jetzt zur Verfügung. Und ich würd sagen, die verwenden wir auch gleich mal. Sollen wir uns die Liste anschauen? Klar doch. Ach, der Schmied ist schon auf höchster Stufe. Cool. Militär. Muss aufgerüstet werden. So. Noch 12.000. Danach hätte ich nur noch 4.000. Ich behalte mal die 12.000. 9.000 reichen. Ja, hier kommt der Schneider. Dann hab ich noch 10.300. Und. Plus 8.750. Auf den Wert. Oh ja, genau. Interagieren. Ah, ich hab ja gar keine neuen gefunden. Von daher ist das redundant. Aber wir haben noch eine geile Assassinenplatte hier. Ein Siegel. Oh, direkt das erste hier. Sehr schön, das freut mich. Und damit bleiben nur noch zwei. Noch zwei, dann haben wir endlich, ähm. Alter, hier ist geile Rüstung. Ah. Geil. Freue ich mich schon drauf. Aber ja. Bevor es soweit ist. Oder bis es soweit ist, ist es noch ein bisschen hin. Deswegen kaufe ich mir gleich mal die Rüstung, die aktuell am besten ist. Ich glaub, das dürfte die aus Metall sein. Und vielleicht mal ein neues Schwert. Also ein lange, äh, normales Schwert. Kein Kurzschwert. Oh, schöne Bilder hier überall. Schöne Bilder hier überall. Und wir legen Federn ab. Eine weitere, zwei. Plus zehn. Naja, okay. Zwölf von zehn Federn haben wir schon. Alter Schwede, das ist heftig. Und auch die Villa bessert sich langsam vom Aussehen her. Die Fenster sind nicht mehr zugenagelt. Dieses, äh, Holzzeug, der Rasen wird grüner. Ja, es sieht hier langsam richtig schön aus. Auch die Straßen werden besser. Sind nicht mehr matschig. Nicht mehr so matschig. So, dann lass mal sehen, was du im Angebot hast. Erstmal müssen wir reparieren. Rüstung. Armstütze aus Metall. Gekauft. Viel Tempo hat das Ding hier. Das Offizierschwert. Meins. Alles klar. Und das war es dann auch schon wieder mit unserem Geld. Nee, das wollen wir nicht. Und wieder ist der Wert gestiegen. Geile Sache. Arte. Kunst. Ach ja. Eines, zwei, drei, vier. Eines hab ich da bisher noch. Gut. Hier werden wir dann auch schon wieder fertig. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann... ...können wir auch direkt schon wieder zurück. Nach Flory. ...in die Docks. Ach ja. Ach ja, ich unterbreche wieder die Aufnahme. Bis gleich. So. Wir sind an den Docks angekommen. Und reden erstmal mit Leonardo. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Geniente. Tut ihr a bordo. Wir legen bald ab. Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Äh... Niemand. Was da? Kein Pass? Kein Zutritt? Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Tut es doch immer. Steht da nicht so rum. Ich brauche Hilfe. Oh. Jetzt müssen wir da eine... ...schreiende Frau helfen. Eine schreienden Frau. Ein Boot beschaffen. Da haben wir eines. Was? Wie steuern wir das jetzt? Nein, so wahrscheinlich nicht. Udan. Hilfe! So hol mich doch jemand hier runter. Hilf mir doch! Ach so. Ähm, ja. Alter, das geht ja mal richtig bärstig. Zu rudern. Oh Gott, ich flehe dich an. So hilf mir doch jemand. Aiuto! Jaja, ich bin ja schon unterwegs. Ui, das Ding ist aber richtig scheiße zu lenken. Und bumm. So, hilf mir doch jemand! Aiuto! So, helfen wir der Frau. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Darm? Wie ist die überhaupt da raufgekommen? Ehrlich mal. Tss. Bullshit. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Oh. Er kann unter Wasser reden. Er hat's voll drauf. Ah, jetzt ist sie blöde da im Weg. Tja, und schon haben wir... ...eine Möglichkeit nach... ...na, hier nach Venedig zu kommen. Wer ist das? Den wir da gerettet haben. Also, wer ist sie? Die hat wohl ziemlich Einfluss. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden... ...wäre es ein... ...Vergnügen, euch zu treffen. Mhm. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Schon klar. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Na, ich werde dich nicht abstechen. Ich lasse dich diesmal am Leben. Ausnahmsweise. Und es geht ab nach Venedig. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Haha. Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Kathrinas Forze. Tochter des Luga de Milan. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Stadthalter von Forli. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Oha. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Tja, mal sehen. Oh, es lädt wieder. Ich würde sagen, bis gleich. So. Und weiter geht's. Oh, wir werden rausgeholt. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, äh, Nebenwirkungen. Mh, klingt nicht gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Subjekt 16. Das soll heißen, Desmond, wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann, nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Mhm. Er sagt es. Das ist so lange im Animus gelassen, Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Ja. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen und zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Oh ja. Jetzt heißt es, ähm, ja durch den, es gibt da irgendwie den Sickerungseffekt oder so, wurde am Anfang ja erklärt. Und jetzt, äh, ist es so weit herauszufinden, wie viel Desmond von Ezio gelernt hat, durch den Sickerungseffekt oder Sicker-Effekt oder wie auch immer. Das heißt, schön klettern eine Runde. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Alles. Komm mit. Alles. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Mhm. Mhm. Mhm.